Ach so, jetzt muss, kann ich eins von den Häusern für ihn wieder aufbauen, oder? Ein Zelt? Ja, kann ich. Ich will aber erst mal das machen. Tent for Rustin, so, einmal da rum. Oh, was ist denn das? Oh, da sieht man die Lampe nur, das ist ja, ich sehe aber nicht, dass sich in der Lampe was tut. Vielleicht sieht man das nur, wenn es dunkel ist. Schade finde ich, dass ich mich nicht umgucken kann, wenn ich auf dem Boot bin, in der Umgebung. Das wäre noch total schön. Ich fahre genau darauf zu. So, sagst du mir, wann ich da bin? Oder muss ich Karte gucken? Oh, ich müsste jetzt... Ah ja. Da. Und ich suche dieses Ding da. Sehe ich hier schon was? Äh, Learn? Wieso Learn? Uh, was mache ich denn da? Ah, ich habe... Ah, okay, alles klar. Ich hoffe, das geht jetzt nicht von meiner Luft ab. Äh, ich möchte gern wieder hoch. So, meine Lieben... Warte, ich muss erst mal Luft holen, Heinz. So, meine Lieben, ich werde mal zu einem anderen Livestream wechseln. Viel Spaß euch noch. Ja, danke, Heinz, dass du da gewesen bist. Wünsche dir noch ein schönes Wochenende. So. Ich glaube, so viel Luft habe ich jetzt nicht, dass ich hier suchen kann, wie bekloppt. Dann werde ich mal... ...zurück. ...warte, warte, 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 äh... ...zimmerpunkt. So, und dann, ja, dann kann ich ja auch zu dieser Cave dann. Obwohl, der Clean Workplace ist ja abgehakt, sehe ich gerade. Warum ist denn der dann nicht mehr... Okay, also erst mal wieder zurück und dann machen wir das Zelt. ...und diesen Ressourcen-Finder-Dingsbums-Bedöns. Kann ich hier auch einladen? Irgendwie? Ach so, ich bin dann automatisch schon mal hier. So, warte, lass mal gucken, ob ich dir ein Zelt machen kann. Tent. Oh, ne, da brauche ich Closes. Habe ich erst eins gefunden. Äh... ...Ressourcen-Finder, das ist schön. Juppie! So, und wie funktioniert das jetzt? Okay, tut mir leid, ich habe noch keinen... ...Blinkt da irgendwas, Marie, oder was? ...Blinkt da irgendwas, Marie, oder was? ...Oder ist das für unter Wasser, oder wie? ...Warte mal, Closes. ...Fabrikator, das ist genau der, der fehlt, ne? Die Blueprint. Bist du fertig mitsuchen? Ach so, wenn ich das in der Hand habe... Ja, das ist genau das Ding, was fehlt. Okay, also, dann können wir den noch kein Zelt machen. Dann muss ich erst mal da tauchen, hier. Gut, dann gucke ich mal, dass ich da mal hin renne. Das war irgendwo hier lang. Wie spät ist denn das? Sechs Uhr? Ja, wirklich weit wieder dunkel, ne? So. Wo habe ich denn das Tuch gefunden gehabt? In irgendeiner Kiste, oder so? Was brauchte ich hier? Auch eine Schaufel? Ja. Habe ich auch noch nicht. Was kriegen wir denn da? Garden Plenter. Ach, dann kann ich endlich die Samen machen. Ey. Warte. Was habe ich denn jetzt gekriegt? Dragon Fruit. Okay. Und was ist das? Seacorn. Dragon Fruit. So, dann kriege ich nämlich die Blue Prints. Stopp. Okay, mehr Dinge habe ich jetzt nicht gesehen. Warum? So, warte mal, das war da, ne? Hier liegt noch ein... Aha, habe ich das hier nicht alles schon mal mitgenommen gehabt? So, ich muss da rein, ne? Achso, und dann... Habe ich noch Platz? Genau, die habe ich vorhin schon mal mitgenommen, aber die ist ja nicht voll. Die ist auch kaputt. Was ist denn da unten? Muss ich da hin, oder...? Ne, ich muss da rein, denke ich. Ah, hier ist gar kein Wasser. Aber ich kann hier auch nicht... Warte mal, hier geht es wahrscheinlich rein, ne? Wir werden es sehen. Ah, ne, ich komme da hin. Hm, was war denn hier eben? Hier war eben irgendwas... Das will ich aber nicht dicken. Ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Das Mäntel. Ah ja, okay. Okay. Äh... Da ist sie, okay. Juhu! Ich würde gerne wieder raus. Aber das war keine Blueprint, ne? Hm. Die habe ich ja schon... Okay. Ne, eine Blueprint habe ich jetzt nicht gefunden. Glaube ich nicht. Warte. Meinst du ein Missing Blueprint? Oh, hier ist jetzt ein Haken dran. Oder heißt der Haken, dass das... der Primär Request ist? Also, ich glaube, der ist noch nicht erledigt. Ich muss mal da oben... Voll süß! Ah, ich habe den Fabrikator gelernt. Ach, ich habe doch noch so eine Zeichnung am Strand gesehen. Da habe ich gar nicht weiter geguckt. Da sollten wir vielleicht mal gucken, ob ich da irgendwas lernen kann. Dann... Crafty Fabrikator und Place it in Workshop. Ja, machen wir. Ich muss hier nur wieder rausfinden. So, da. Gucken, ob hier noch irgendwas rum liegt. Ist hier noch irgendwas drin? Ne. Juppi. Also, es ist wirklich ein super süßes Spiel. Bin ich jetzt richtig? Ja. Ist auch dunkel. Ich gehe erst mal schlafen. Aber so richtig auskennen, tue ich mich hier noch nicht. Glüh... Oder es sind Glühwürmchen. Ja, es sind wohl eher Glühwürmchen. So, hier ist der Workshop. Das heißt, ich wohne hier auch in der Nähe. Oder nimmt er das hier auch als... Gehört das für ihn auch zur Wirkwensch dazu? Wir gucken mal. Aber glaube ich nicht. Der Platz ist ja da hinten. Was ist denn das? Das Mäntel. Und dann... So ein bisschen Energie haben wir noch. Dann nehmen wir das hier alles noch mit. Den Baumstumpf... Ach, keine Ahnung. Aber wie gesagt, der Platz ist sauber. Vielleicht muss ich noch irgendwas ausgraben oder so. So, kriegen wir das noch hin? Okay. Resign. Äh... Harz? Ist das Harz? Okay, dann gehen wir hier mal hin. Hab ich ja vorhin schon geschrieben. Ein süßes Spiel. Schon wieder. Ich brauche längere Tage. Ja, es tut mir leid. So, warte mal. Ich will... Wie sein? Ach, mit der rechten Maustaste geht das. Ach so. Und ich bin hier am Grübeln. Was ist das? Haben wir das schon? Ne, das haben wir noch nicht. Das haben wir schon. Die Ziegel haben wir auch noch nicht. Öl haben wir. So, die Klamotten, das packe ich mal alles. Metallbahnen. Die Samen, Steine, Weiber, Samen. Da will ich noch kochen. Das ist neu. Das hebe ich mir aber mal auf. Äh... So, das... Klamotten packen wir mal hier hin. Simple Fonds. Okay. Das brauche ich. So, ich schlafe erst mal. Bis zum Morgen. Bis zum Morgen. Game saved. Steh auf. Jawoll. So. So, ich will mal gucken. Ach so, da muss ich natürlich Holz mitnehmen. Obwohl, das können wir anders machen. Komisch, alles findet da so aus der Kiste, ne? Aber wenn ich denn das Feuer da entzünden soll, weiß er nicht, dass das in der Kiste ist. So, dann pack mal hier irgendwie erst... Ja, hier rein. So. Und dann will ich mal wissen, genau, was hierbei rauskommt. Obwohl, ich hab... Experiment. Genau. Open. Nein. Doch nicht so. Oh. Gehen wir von hier dran. Spice. Okay. So, und dann brauchen wir das hier für Experiment. Was kommt dabei raus? Dampf, Dampf. Gegrilltes Gemüse. Cool. Okay, dann machen wir das hier erstmal alles. So, Gem. Gem, Gem, Gem. Max. Weil das bringt ja mehr, ne? Danke. Dann hätte ich... Das kann ich hier auch nochmal rein. Der Spice ist ja Gewürz. Na, gucken wir mal. So, warte. Ne, kein Experiment. Ich hätte... Grilled Meat. Guck, Max. Danke. Dann... Ne. Das war gegrilltes Gemüse. War das? Ach so, da kann ich dann wahrscheinlich irgendwas rein tun. Guck. Jawoll. Und das... Da kam Spice raus. Dragon Fruit. Guck. So, dann gucken wir gleich nochmal, was mit dem Spice ist. So, ich kann ja jetzt... So, das konnte ich irgendwie teilen, ne? Warte mal. Wie war denn das mit... Jack. Release Drop Item. Hold. Jack. Ne, das nicht. Selecting. Ich weiß nicht mehr, wie man das teilen konnte. Weil ich will ja nicht... Eigentlich nicht alles. Aber ich kann ja auch hier sagen... Warte mal. Spice? Ne. Nochmal raus. Experiment. Was kommt denn raus? Das habe ich auch noch nicht gehabt. Spice. Hä? Das ist ja blöd. Wenn ich Spice rein tue... Na, okay. Dann... So, ich kann immer noch kein... Feld machen. So, was brauche ich denn für den Fabrikator? Sehe ich das hier? Fabrikat... Ja. Ne, ich kann mir die hier nicht angucken. Das heißt, ich muss mal... Vielleicht kann ich bei ihm auch ein Tuch kaufen. Aber warum sollte ich das? Wenn ich mit dem Fabrikator eins herstellen kann. So, dann lass mal gucken. Fabrikator. Mir fehlt ein simpler Motor. Und ich habe dafür keinen Bauplan, ne? Wo kriege ich denn den jetzt her? Weiß ist ja... Weiß ist ja nur ein Gewürz, oder? Da kann mir doch nichts anderes rauskommen, vermutlich. Lol. Ja, das habe ich mir nämlich auch gesagt, weil... Aber ich war halt neugierig, ne? So, ich brauche für den Motor... Hier. Ich muss noch irgendwas machen, um die Blueprints zu kriegen. Was habe ich denn gemacht? Hier wäre ne Erklärung schön, wie ich hier... Das heißt, ich muss jetzt irgendwo noch Sachen finden, abbauen, machen, tun. Dass ich dieses Motorrezept kriege. Ich habe nur gerade keine Ahnung, was genau ich machen muss. War das hier irgendwo erklärt? Warte mal. Ne. So, die angefangenen. Small Garden Plainter, Medium Garden Plainter. Ja, ich denke mal, ich muss einfach Motoren finden und die kaputt machen. Ups. Das heißt, wir laufen jetzt mal ein bisschen über die Insel und gucken mal, dass wir... Zerstören und Huten machen tun. Essen haben wir ja genug. Hier wird jetzt alles mitgenommen, was nicht nid- und nagelfest ist. Juppi. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das war bestimmt so ein Metallzeug. Nein, du sollst graben. Das Schöne ist, dass sie das Werkzeug nimmt, was sie braucht. Das finde ich total klasse. So, hier war ja auch noch. So, ich werde jetzt... Da oben sind noch Pflanzer oder was? Keine Ahnung. Oder sah das so aus? Ich will die Kokosnüsse haben. Achso, hier ist noch so eine... Vielleicht sieht die... Okay. Die Laterne. Oder dieser Zaun. Muss ich diesen Zaun hier abbauen? Zählt das mit dazu? Tatsächlich. Ich dachte, der soll. Ah ja, jetzt habe ich die Quest complete. Okay. Und was kriege ich dafür? Habe ich was gekriegt? Nö. Okay. Also, mir fehlt Tuch und Dingens. So, dann werden wir jetzt erstmal looten, bis der Arzt kommt. Diese Lampen, die sind so unscheinbar. So. 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 Wir machen mal da weiter. Und wir sechs włosた scratched. Um da zumindest 3 zu openen. Auf das Baby. Das indicesang habbrochen. Und dann was länger pell göre EQ auf steam verloren hat in Frankfurt. der Schreck wurde mit der Sicherheitsgranz. Höst der sich dauert mit der Lam frequencies anrufen, Lassen gestreckung. Und das Leben birITes. und deshalb ist dann der Ich locations які representa für mich weil das Typen gerازrufe. Nö. theo Dunkelnkommbar, Vielen Dank.